So, zack, zack, zack. Och, Mensch. Wo ist denn diese Seele? In jedem Zellenblock ist so eine blöde Seele. Also muss hier auch eine sein. Die soll sich nun mal endlich zeigen. Och, Mensch. Das kann doch nicht so schwer sein, eine Seele hier zu finden, oder? Oder, oder? Oder, oder, oder? Außerdem würde ja auch erst einmal so eine Meldung kommen, wenn wir irgendetwas Verdächtiges bemerken. So eine Meldung von wegen, ja, da... gibt's irgendwas Verdächtiges, sag ich doch. Ah, hier, der lose Stein... Ah, das ist, äh... Ja gut, das kennen wir ja schon. In dieser Box ist eine Notiz, nur fünf Kolumnen. Aber das führt uns zu keiner Seele. Mensch. Wo ist die Seele? Ich glaub' es nicht, dass hier keine Seele sein soll. Äh, okay. Hm. Naja. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt doch ein bisschen überfragt, ne? Das ist, äh... Wo war denn der Ausgang? Ich glaub' da... Ha, 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 ha. Naja gut, ich hab' jetzt so ungefähr zwei Stunden aufgenommen. Ich hab' gedacht, ich würde mehr schaffen in der Zeit. Aber wir haben ja doch ein paar umfangreiche Kämpfe dann, äh... noch gehabt, die so ein bisschen Zeitfresser am Ende waren. Deshalb werd' ich jetzt den sechsten Zellenblock mir doch nicht anschauen. Da haben wir so acht Folgen voll. Dann nehm' ich ja noch... Wahrscheinlich morgen nochmal so zwei Stunden auf. Das würde ja Sinn machen. Und dann... Äh... Gehen wir erstmal in unseren Raum. So. Haben wir noch irgendwas Interessantes? Ne, Moment. Äh, Equipment. Was hatte die denn noch gefunden, ne? Irgendwas hatten die doch noch... Ah, der Elven Cape ist so für das Ding. Okay. Aber trotzdem doof. Ne, es ist ja auch wurscht, dass er vier Defense hat. Aber es ist... Es ist trotzdem ein bisschen... Nicht so ganz passend. Ich mein', ich kann noch mal kurz verkaufen gehen. Ein bisschen was hab' ich ja... Zum Verkaufen gefunden. Selling. Und zwar haben wir jetzt das schwächere imperiale Großschwert, das... jetzt los kann. Ich mein', ich könnte jetzt den Katar noch... Der sogar mehr wert ist, als dieser dicke Katar. Gott. Warum? Hm. Komisch. Naja, gut. Dann... Rüstung. Da verkaufe ich mal die normale Chainmail auf Protect... Äh, Heavy Chainmail. Die war sogar toll oder wertvoller als die hier. Das muss man mal verstehen. Dann das kann ich noch verticken. Und... Was kann ich denn noch? Ne, komm. Rüst lassen wir mal. Es ist... Oh, wow, wow. Die bringt aber gut Kohle ein. Ja gut, die bringt aber auch sechs Magie, ne? Oh Mann, das ist schon... Schon verlockend, eigentlich. Eigentlich ist das schon verlockend. Ah, seht ihr, wir haben das ihm noch gar nicht angezogen. Das Schild. Da haben wir dem das Schild noch gar nicht angezogen. Na gut, komm. Dann lassen wir das mal. Ziehen dem einen noch das Schild an. Ruhen uns kurz aus. Und dann... Ist auch schon wieder Zeit. Ein Päuschen einzulegen. Ein bisschen haben wir ja doch geschafft. Können also stolz auf uns sein. Und unsere Leute werden auch immer stärker. Können sich immer mächtigen Gegnern in den Weg stellen. So, wir fühlen uns... Erfrischt. Und an dieser Stelle sage ich dann ganz erfrischt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß, wie immer. Und wünsche euch auch viel Spaß mit dem, was ihr so gerade zockt. Sage dann mal bis morgen, bis ich da die nächste Aufnahme-Session starte. Und im Moment, wenn ihr das seht, ist es schon weit hinten. Da ist nix mit morgen. Naja gut. Dann bis zum nächsten Mal. Und Cheerio. The King has left the building. Hi, die Hohe meine Freunde. Und herzlich willkommen zur neuen Aufnahme-Session von Paper Sorcerer. Ja, wir haben beim letzten Mal den Jäger-Research besiegt. Und ich habe gerade eben eine ziemlich turbulente, chaotische Aufnahme-Session von Transistor hinter mir. Wenn ihr dies seht, ist das also quasi ein kleiner Verweis auf das, was noch kommen wird. Denn auch hier will ich heute mindestens zwei Stunden wieder aufnehmen. Umzug steht demnächst an. Ich muss einfach für bis dahin und danach ein bisschen was haben, weil ich nicht weiß, wie gut das mit der Telekom und dem Umschalten dann später alles funktionieren wird. Und da sollte halt möglichst viel vorbereitet sein. Wir gehen jetzt auf die Map. Ich weiß zwar immer noch nicht, wo die Seele im fünften Block ist, aber das werde ich jetzt heute nicht anfangen rumzusuchen. Und in den Errungenschaften von Steam habe ich sogar gesehen, dass mir die... Also es gibt für jedes Geheimnis oder jeden Geheimgang, den man hat entdeckt, gibt es einen, einen Erfolg. Und diese Erfolge, die werden da quasi einfach alle aufgelistet, nummeriert. Und das heißt, man kann so grob erkennen, an welcher Stelle man einen Erfolg ausgelassen hat, beziehungsweise einen Geheimgang. Und mir fehlt tatsächlich einfach mal ein Geheimgang Nummer 4. Wir finden ein Buch, das genannt wird Magierin oder Herrschaft der Magierin. Das Bild auf dem Cover zeigt eine Compelling Woman, also eine Frau, was Compelling hat. Und auf jeden Fall ist sie halt hier pale, 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 bleich und hat platinblondes Haar mit schwarzen Strähnen, die der Buchrücken behauptet oder sagt, eine Retelling, eine Beschreibung, eine Erzählung der dunklen Periode der Eroberung der Magierin. Und dieses Buch oder diese Lektüre taucht in Allials Motivation und Methoden ein. Unraveling a Compelling Narrative from her Vantage. Eine aufdeckende Erzählung aus ihrer Sicht oder so? Hm. Okay, lese den 30-wöchigen Topseller selbst. Wow, also 30 Wochen, das ist, äh, Heidewitzka, fast 3 Jahre ein Topseller. Na, herzlichen Glückwunsch, du. Jedenfalls, ähm... Oh, ha, 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 hallo, meine lieben Freunde. Äh, äh, wollen wir vielleicht das Kämpfen sein lassen und irgendwo einfach mal ein Ründchen essen gehen oder so? Nein? Nicht? Verdammt. Mist. So, wo ist denn hier der 23er Cleric? Der geht mal direkt drauf. Äh, hm, hm, hm. Der macht mal einen Inhuman Strike auch auf den 23er Cleric. Und der Minutaurus macht einen... White Swing. Und hoffentlich trifft er auch ein paar. Ja, und, äh, den vierten Geheimgang haben wir also übersehen. Ich glaube, beim letzten Mal bin ich ja von Block 3 alles durchgelaufen und hab mir alles angeschaut. Das heißt, wenn wir... Hab ja auch noch ein bisschen was gefunden. Das heißt, wenn wir Geheimnis 4 nicht entdeckt haben, heißt das, dass wir relativ am Anfang etwas... Vielleicht also in dem... Wow, 258 HP Schaden. Hei, 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 das war ja ein Spaß, du. Oh, man. Ähm... Ja, dann bedeutet das ja im Grunde, dass wir so irgendwo in Zellenblock 2 oder sowas vielleicht was übersehen haben. Das heißt, da müssen wir echt nochmal bei Gelegenheit rumlaufen. Weil so... Nicht. Also... Sag ich jetzt einfach mal. So. Nicht. Nö? Und... Ja, jetzt... Ich weiß, das macht zwar keinen Sinn, aber wir machen es trotzdem mal. Wegen alle Gegner werden getroffen. Ähm... Und da... Überlege ich mir, ob ich das jetzt... Oder wie ich das jetzt mache. Genauso wie mit der Seele. Muss ich jeden Aspekt in Insights Playpack? Natürlich ist es für euch vielleicht ganz interessant, so möglichst viele Sachen zu sehen. Aber... Ähm... Drei Folgen, mich zu zeigen, wie ich da irgendwas suche, Finde ich ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr interessant. Und bezweifle, dass es wirklich für euch interessant wäre. Äh... Da müsste man echt mal überlegen. Oder müsste ich mir überlegen, wie ich das dann am Ende mache. So. Drei von den Heinis haben wir jetzt schon mal weg. Das ist doch schon mal eine ganz gute Zahl. Dann... Machen wir mal Refresh-Bune noch. Der Minotaurus... Macht noch einen Power-Swing. Und der Vampir, der macht mal... Ein Grabes-Nebel. Ja, zwei Stunden 40 habe ich Transistor gerade aufgenommen. Eine riesige Aufnahme-Session durch. Und, äh... Mit viel, viel Gelaber. Und ich weiß teilweise echt nicht mehr, was ich da gelabert habe. Freut euch auf den Spaß. Ich bin mal gespannt, ob wir hier auch die 2 Stunden 40 voll machen. Na, das war doch ein Scheiß-Angriff, lieber Minotaurus. Oder wie das hier am Ende aussehen wird. Weil, ähm... Ja, ich sag mal so. Wir haben immer... Immer so eine Etage durchgehabt. Und waren dann bei... Was waren wir denn da immer? Zwei Stunden so um den Dreh herum. Da ist die Frage, ne... Inwieweit... Machen wir mal auf den Warrior, dann ist der schneller weg. Und der macht mal ein bisschen Blutrad auf sich. Ähm... Inwieweit wir das heute vielleicht mal unterbinden können. Und mal ein bisschen schneller vielleicht mal durch die Etage durch sind. Oder auch mal vernünftiger. Weil, wenn wir... Auf dem ersten Heap direkt alles entdecken, müssen wir ja auch nicht 10 Mal wieder reinrennen und so Geschichten. Aua. Das tut... Da, hallo. Das tut weh. Na gut, wenn er null Defense hat, dann, äh... Machen die auch irgendwann mal Schaden, ne? So, unser Skeletor macht also mal Defender deshalb. Der... Die Magierin, die immer noch keinen Namen hat. Mir ist immer noch nichts eingefallen. Es tut mir leid. Die macht mal das hier. Edward darf deshalb mal Dark Sacrificen auf das... Auf den Skeletor. Und der Minotaurus, der leider ebenfalls noch keinen direkten Namen hat, ähm... Haut einfach mal mit drauf hier. So, irgendwas muss ich ja immer reden, weil gerade bei dem Spiel ist es ganz wichtig, dass da kein Claim am Ende wieder rumkommt. So, um die 10 Stunden haben wir ja jetzt erreicht. Ich hab ja schon mal gesagt, wenn man mit Geheimnissen wohl spielt, ist es so mit 14 Stunden gesagt worden. Das heißt, so 4 Stunden Spielspaß haben wir noch vor uns im besten Fall. Im schlechtesten sind es wenig, weniger. Also, ich hoffe zumindest, dass es als etwas Gutes empfunden wird, dass wir mehr Folgen vielleicht haben. So, was macht der denn jetzt? Was macht er? Der macht nochmal Refreshing, der Rune. Minotaurus haut auch nochmal mit drauf. Und der Vampir, der saugt Leben bei dem Level Zerphoria. Ja, die Frage ist jetzt, oder was mir sich als Frage noch stellt, was kann da jetzt noch groß kommen? Wir haben Research gekillt. Es sind noch 3 Helden übrig von 4, die uns hier eingesperrt haben. Tauchen alle auf, dann wären es ja noch 3 Blocks. Und da wir immer 2 Stunden pro Block irgendwie gebraucht haben, würden wir ja mehr Zeit letztendlich. Also, da würden wir ja bei 16 Stunden irgendwie rauskommen. Ist die Frage, ob das an meinem Gelaber liegt, dass ich durchs ganze Labern quasi mehr Zeit brauche, weil ich halt nicht so schnell agiere oder nicht so schnell mache. Natürlich wahrscheinlich, ah gut, ein bisschen Zeit werde ich durchaus durchs Labern verloren haben, weil ich mich dann natürlich auch hier und da mal mehr aufs Labern konzentriert habe und so. Also, das kann ich durchaus nicht abstreiten. Das dürfte auch der Fall sein, hier und da. So. Ja, ein bisschen Schaden hat er gemacht, immerhin. Das Problem ist für mich gerade, ich bin, wie gesagt, fast 3 Stunden Aufnahmetransistor. Es ist, äh, mitten in der Nacht mal wieder. Wie so oft, wenn ich hier aufnehme. Ich bin Matschepampe und, ähm...